so mal wieder eine runde american truck simulator jetzt haben wir eine zweite garage bisschen schnellreise hin und her und jetzt habe ich den truck umgerüstet den kennt ihr erst auf größere kabine hinten und eine andere lackierung finde ich passt jetzt ganz gut zu diesem texaco trailer jetzt habe ich leider wieder nachtfahrt erwischt dumm gelaufen aber ist ja nicht weit ist nur nach winemucca von elco nach winemucca also das sind 100 meilen das hat's ratzfatz aber leider halt nachts und das blöde ist immer dass ich einfach nicht viel von der gegend aber gut wollen wir mal los und ja wir brauchen ja schließlich auch geld ne dass wir geld und ep und da ja dass wir da überhaupt weiter kommen jetzt muss ich mal sehen wo ist der ausgang gottes will er ja hier was ist denn jetzt los hilfe was war denn dort jetzt bin ich irgendwo drüber gefahren naja ok habe ich jetzt gar nicht gesehen das ist ja doof aber wir brauchen wir hier aufzählung ja halt mal hecho ich noch mal wenn ein ja ich ich Ja, sieht man wenigstens was. Was ist denn da los? Ist der so schwer? Na gut, 22 Tonnen. So schwer ist das jetzt nicht. So, links kommt keiner, rechts darf keiner. Also. Dann bringen wir mal das gute Stück mal nach Wienemucca. Oder wie man es halt ausspricht, keine Ahnung. Was müssen wir hier wieder runter? Okay. Oh meia. Aber haarscharf vorbei. So, 30 nicht überschreiten, aufpassen. Dann gibt es wieder ein Ticket. Dann irgendwann ist dann das ganze Geld, was wir verdienen, immer vom Strafzettel weg. Das ist nicht Sinn der Übung. So, jetzt kommen wir hier mal rüber. Aha, der geht hier rein. Super. So, jetzt hier runter. So, ihr wartet. Gut. Dankeschön. Wenn auch nicht ganz freiwillig. Na, was ist noch? Hab ich jetzt vorbei? Was ist jetzt vom Karlsberg oder was? Ja. 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 Z.B. holen und dann das Gras nicht finden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nachts sicher kaum was. Schade, die schöne Gegend da, so ein Dämmerlicht da, da sicher nicht weit. Und da jetzt hier, da sicher fast nichts. Ja, da muss ich nächstes Mal wieder aufpassen, dass ich da was am Tag wieder kriege. Da habe ich wirklich nicht drauf gehabt dafür noch. Untertitelung des ZDF, 2020 Nachdemokratie In drei Vigilante ich könnte hier schon tanke fahren, ich habe ja die zeit das wollte ich auch noch machen, genau, dann machen wir das nicht da ist eine kleine tankstelle mit kaffee, perfekt so, jetzt müssen wir, ist nur die frage wie kommen wir hier rein so, ich stelle mal den kaffee auf so, kommen wir hier vorbei, jawohl so, noch nicht tanken hier, ein paar galonen rein na, da läuft der sprit naja, 129 galonen, nicht schlecht, die tank ist wieder voll so, kaffee geholt und weiter geht's so, jetzt ist die frage, kommen wir hier können wir hier außer rum fahren dann machen wir das doch geschwind dann machen wir das doch geschwind ja, hier geht's nicht weiter, das sieht aus wie Baustelle aber hier kommen wir rum ja, da kommt einer dann warten wir mal so, jetzt wieder zurück auf die Outerone Highway, Schnellstraße, wie ja immer das wollte ich hier auch noch schauen, was das für was das für Straßen sind, was ist eine Highway, was ist eine, das muss ich erstmal schauen das habe ich noch nicht gemacht so, ihr wartet Dankeschön, so so, jetzt ist der Tank auch gleich wieder voll, das ist gut so, dann kann ich noch ein bisschen in Nevada rum fahren mal sehen, was wir hier für neue Fracht kriegen ähm, geht's jetzt da runter ja na, was machst du hier ich kriege ja noch ein Herzgefahr gleich, die hat ja also manchmal geht die Bremse so leicht trotz hier Trailer dann aber wahrscheinlich schiebe diese über 20 Tonnen Treibstoff dahinter ordentlich aha schon da drüberwitschen ja schiebe ja das ist schiebe ja 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 Da kommen wir gut vorbei, das passt. So, wo müssen wir denn hin, geradeaus, 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 ok, immer geradeaus, Seafood, cool. Ach, da vorne Gellion. Nehme ich doch mal an, ja genau. Und da kommen wir jetzt mit einem Texaco-Auflieger. Na gut. Das müssen sie aushalten. Oder Gellion. Nicht Gellion, Gellion. So, wo wollt ihr es hin haben? Hier. Einfach geradeaus und hier, oh, rückwärts. Ach ja, komm. Da kriegt man es hin. Ich glaube, da können wir sogar umdrehen, da vorne. Ja, da drehen wir um. Da müsste man sogar rumkommen ums Eck. Ja, aber nur aufpassen, dass du nicht auf den drauf fährst. Und jetzt müssen wir die Sicht etwas ändern. Ja, mischt. Oh, oh. Mariana, hier voll rumkommen, du. Hallo. Ach, Manni. Nein, was ein Scheiß. Ah, ich helfe mir nicht vorbeilassen. Das hat echt so, hat echt aussehen, wie wenn das passen würde. Okay, dann müssen wir es irgendwie anders machen. Ah, das ist jetzt ärgerlich. Ach, nein, 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 komm. Okay, dann anders. Jetzt sehen wir es anders machen. Gut, kommen wir hier noch ewig rum. Kommen wir hier rum? Ja, jetzt hängen wir auf die Minderhände drauf. Oder? Kann es mal sein? Weg hier, weg. Ich scroll mal ein bisschen weg hier. Ah, geht nicht. Nein, der will auch nicht. Ja, jetzt häng ich auf den drauf. Oh. Ja, das ist mir jetzt aber peinlich. So, wollte das jetzt gleich nicht haben. Ja. Komm schon. Ja, jetzt hast du gleich noch ein bisschen. Hängt da jetzt dahinter schon wieder? Nein, dahinter hängt da jetzt sowas dann wieder. Na, komm man. Ui, ei, ei, ei. Ach, rumkommen im Sektor. Na, Gott sei Dank, ist das nur eine Simulation. Dann wäre ja alles schon kaputt. Und das Öl darf hier rumschlappern. Aber der ganz haarscharf wird es wahrscheinlich gleich. Da hätte ich das erzielen müssen. Na gut. Na gut. Na, das nächste Mal halt nicht zur Pause sein. Einfach gleich kurz reinfahren. Dann ist das schon besser. Na gut. Na gut. Oh ja. Na ja. Aber man land's halt nie, ne. Na ja. Er hat mir noch einen Schaden. Wahrscheinlich, gell. Naja, geht natürlich noch eine Weile bis 12.000, was sind wir denn, 14.700, dann noch 1.000, bei 300 EP, ja, entweder all zwei längere Fahrten oder, ja, mal schauen was wir kriegen, ne, wir sehen uns das nächste Mal, bis dann.